das später Nö wohl nicht hast du einmal dein Leben gefarmt? Nein, also laber nicht Muss ich das? Nee! Aber dann brauchst du nicht in unsere Gilde kommen, Junge! Darum, weil weil ich Accounts bekommen also bist du eifersüchtig oder so? Alec, bist du eifersüchtig auf Paul? Nee, das stimmt nicht, ich hab ich hab bessere Chance als er, also davon her wegen den drei Leveln Level, ne außerdem außerdem form ich nochmal mit 94 und dann level ich mich bis 109 Kommt gar nicht, 94 Junge! Klar Ich hab schon mal wieder Cash geholt Da schaff' ich's mit Level 91 erst mal Wie viel hast du Cash geholt? Ich hab mir ja Samen geholt 71 Samen 1.600 10 Euro Mann, ganz viele Ich hol mir ja nochmal für 20 Euro in der Schulzeit Wow Ja, Alex, ich will nicht so viel Geld ausgeben wie du Ja, siehst du, was ich erreicht hab, Junge? Du bist drei Level höher Ja, ich hab zwei Chance, ich hab ne bessere Rüsi als du, ich hab ein paar Maler mit einer Plus-15er-Warte Bis jetzt hast du ne bessere, bessere Rüsi Wör dich auch so legen Nur wenn du mal rausgehst und ich reingehen muss und dann du Scheiß Dings der Bums machst, dass ich nicht angreifen kann, kann ich auch nicht dafür Genauso bei deinem komischen, beschissenen Pfeil, dass ich keine Skates machen kann Werden wir ja sehen Ähm, Bambi Was? Und Paul, und von wem, von wie kriegst du die Accounts? Von Alex Den anderen Also ist es doch eigentlich komplett egal Wir sind ja nicht in der Gilde, um jetzt einen gegenseitigen Wettbewerb zu machen, sondern um zusammen in irgendeinem Team zu sein Dass das zusammen funktioniert Ja, ich werde jetzt dafür, dass Paul und Alex sich vertragen hier Nö, 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 mit dem vertrage ich mich ganz sicher nicht Ich werde dafür Ich nicht Ich ignorieren halt einfach, dann ist es auch egal Aber Komm, Bambi verträgt mich jetzt mit Paul Und dann, und, und dann uns noch DK setzen Junge Alter Hä, DK? Zeig jetzt DK Hast du nicht gesagt Du Mit Warlord-Gilde, meine ich Weil die Ja, ich hab das Ich hab das zu dir gesagt, dass du DK bist Und dann hast du gesagt Ähm, eure ganze Gilde ist DK Ja, ich hab ja auch Warlord gemeint, ne Ja Ja, und? Ja, die war die ebte Die war die ebte, die beschissenste Gilde, die es da gab Du 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 killst mich doch immer, wenn ich einen Ring habe Du versuchst mich ja zu killen Jedes Mal Jedes Mal Wenn du mich nicht killst, du mich doch, ne Ja, klar Ja, ist auch so Muss auch so sein, ne Nicht unbedingt So, und jetzt, äh, jetzt kannst du mich nicht mehr Versuchen zu killen Ich würde das fragen Aber du warst doch mal in der Gilde, und wieso bist du rausgegangen? Welcher Gilde? Der Gilde Die Morga Der wurde rausgeschmissen Achso Ich war ja auch schon mal Da war der Christoph auch noch nicht da Aber ich wollte ja wieder in die Ich wollte eh wieder in die Ja Aber irgendwie, das war der eine Tag, wo ich Einen Ball verschossen hab Bei Fußball Da hat er mich nicht mehr Gemocht Ein Ball Ein Ball, Junge Überleg mal Das waren 10 Bälle, die du beim leeren Tor vorbeigehauen hast Und dann lass du noch darüber doof Das ist doch nur ein Spiel, Junge Nur ein Spiel Ja, in dem wir verloren haben Wo wir verloren haben Wir haben gewonnen Wir haben verloren Weil du drei Dinge verhauen hast Ja, gelaber Ich war dann in der anderen Mannschaft Ich war einmal bei dir Da haben wir vielleicht verloren Und der anderen Ja, siehste Wo ich dann nicht in deiner Mannschaft war Da haben wir aber dann gewonnen Ne, da haben wir gewonnen Also Also Hat ihr eben gewonnen Ist mir jetzt scheißegal Aber Aber Es gibt einen Tag Da ist Christoph Ohr schlecht Man kann eben nicht so gut spielen Ich Er kann nur kräzen und von hinten rein kommen Gibt es zu, Junge Ja, aber du foulst aber, oh Also Das muss man aber lassen, ne Ja, klar Folgst aber auch Wenn ich es zugebe Wenn du einen Ball hast Dann faul ich natürlich Ist doch klar, oder? Guck Wieder folgt, ne Außerdem Der Christoph hat auch gesagt, dass du übel schlecht Fußball spielst Ja, sagt der Falk Der mich nicht mehr austrippen kann Ja, manchmal war Ne, der war bis jetzt immer in deinem Team Also kann ich nicht Ja, einmal Wir haben nun mal alleine zwischen uns gespielt Und war immer gleich dann Also war Trägt Bei Crossf Wie bekommt man eigentlich ZP-Punkte, äh Ja, ZP-Punkte Da musst du auf die Seite gehen, ne Und da musst du 100 Euro bezahlen Da bekommst du 1000 ZP Scheiße Ich zahle auch kein Geld Bekommt man auch irgendwie anders, ZP-Punkte? Ne Achso, du kannst mir deine Account-Daten geben Und ich mach dir ZP drauf Hahaha Gut, ich hab hier den Level 1er Ich hab grad heute angefangen Also nützt das dir nicht Warum? Ich hab schon 5 gekillt Die höher sind Die höher sind Und dann ist Spie abgesto- Und dann ist Spie abgesto- Und dann ist Spie abgesto- Weil meine Grafikkartentreiber, der ist ein Arsch Und dann ist Spie abgesto- Und dann ist Spie abgesto- Da ist Spie abgesto- Hier kommt die neue Deutsche Welle Deutsche Welle Deutsche Welle Ey, ich kenn den... Ich kenn den geilsten Anmachspruch Ey, du stinkst, soll mir zusammen mal duschen? Oh, dann habt ihr sich alle nötig, hey. Ich hab meine Nummer verloren, kann ich deine haben? Alter, die Sprüche sind so geil. Was? Was? Die Kacke, ey. Ey, Alex, ich hab meine Nummer verloren, kann ich deine haben? Nee, rickst du an. Ey, Alex, du stinkst, soll mir mal zusammenduschen. Kannst du mal am Arsch kratzen, ja. Okay, komm. Ich komm nach Zwickau. Mach lieber nicht, als ich gerade Kruste gebildet. Jo, musst aber aufpassen, ich hab, ähm... Wie heißt das? Jo, du hast voll die Muckis, man, du hast den schwarzen Gürtel. Nee, nee. Nee, nee.